Kennt ihr das? Ihr spielt ein Volk, das ihr vielleicht nicht so oft spielt. Ihr wollt eine Mana-Produktion aufbauen, aber ihr wisst nicht, wie viele Gebäude ihr braucht. Dann denkt ihr euch, hat dieser komische Typ auf YouTube nicht Videos zu dem Thema gemacht? Ihr versucht euch daran zu erinnern. Aber so sehr ihr euch auch anstrengt, erinnert euch nicht an das richtige Video. Und ihr fragt euch mal wieder, wieso diese Flachzange nicht endlich mal in der PDF mit allen Ergebnissen veröffentlicht. Nun, ich habe noch etwas besseres für euch. Wäre es nicht viel praktischer, wenn diese Informationen im Spiel verfügbar wären? Das sind sie jetzt. Als neues Feature der Siedler 4 Enhanced Edition wurden nun die Tooltips fast aller Gebäude, Zauber und Einheiten, sowie einige weitere wie die Minenmeldung und die Kampfkraftindikatoren überarbeitet. So findet ihr nun die Werte aller Soldaten und Spezialisten, die Produktionswerte aller wichtigen Gebäude und die genauen Eigenschaften aller Zauber im Spiel, wenn auch komprimiert auf jeweils 280 Zeichen bzw. einen Twitter-Post. Das dürfte die Notwendigkeit, Sachen nachzuschlagen, um einen nicht insignifikanten Prozentsatz zu reduzieren. Vorerst zwar nur in der deutschen Version, aber die englische sollte bald folgen. Viel Spaß damit! bis zum nächsten Mal! KMP 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 Vielen Dank.